Weißt du, irgendwann ist es auch gut, okay, Alex? Ey, du hast doch wallhackern. Bin auch da, wie geht das denn? Ja, reicht nicht so weit. Dumm. Oh, du bist erst mal da. Was? Da! Alex, du bist ein Piss, ey. Nein! Oh nein, durch deine Bummel bin ich mitgestorben. Du solltest mal auf Alex gehen, der Führer. Das Kleine ist wirklich sehr laut, ne? Das ist ohrenbetäubend. Ja. Na toll. Das kam zu geil. Na toll, Bum. Oh mein Gott. Ich hätte es überreden können. Weil meine Reaktion so schnell wäre. Aber meine Reaktion ist wie ein Pferd. Na, ich hau doch ab, Mann. Was ist ein Spiel? Ich... Ja. Weißt du, das Beste kommt jetzt nur. Ich nehm's auch. Mega Challenge. Letz... Ich nehm's Letz 12 oder so. Oder Letz Mittag. Was passiert hier? Oh, was ist jetzt los? Was ist denn Jens los? Jens los, Alter. Nein, 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 nein. Ah, schade, 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 schade. Wir werden in der Runde nicht wieder zurück ins Spielfeld. Achso. Nave, Alter. Wir werden abkratzen. Ja, sowieso. Ey, oh, oh. Oh, ich bin so hoch. Sieger! Ich hab' gewonnen. Ne, ich. Ne, insgesamt hab' doch ich gewonnen. Ich hab' doch die meisten Punkte. Ja, aber ich war auf dem ersten Platz. Oh, ist das schäbig. Wer ist hier der Boss? Ey, ich hab' acht gewinnen. Alter, das ist so kacke. Los, komm, noch ne Runde, ne, ne, ja. Okay, jetzt, jetzt kacke ich aber, aber ich sie zu kommen. Äh. Äh. Achso. Ja, ich hab' mir auch gedacht, ich warte darauf, dass mich jemand freistreckt. Das wär' ziemlich mies gewesen. Ich kann nicht ein Item auswählen. Geht das? Geht das? Ich muss mich einfach mal nicht schränken, dass das schlägt. Gleich auf eins, zwei... Das ist jetzt keine Gegenstände, Leute. Doch, ich besitze auch einmal Feuer. Ja. Na toll. Ah, Alter, hab' ich ein Glück. Hab' ich ein Glück. Ey, hab' ich ein Glück. Malve, kennst du den Brutzler? Malve, kennst du den Brutzler? Malve, kennst du den Brutzler von Wiesenhof? Ja, klar. Ah, nein, 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 nein. Ah! Boah! 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 Ey, komm, Alex, ey. Ach, auf, auf! Ich hab' dir doch gar nichts getan. Haha. 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 Wenn wir Bratmutter grillen, fängt die Stimmung an. Haha. Haha. Pass auf, mate. Warte, das Knallen hört sich an wie bei diesen kleinen Mini-Pissballern, ne? Ey, aber da sind voll die Legs drinnen ins Spiel. Haha. Weißt du? Wärts unser PC einfach nur zu schlecht. Ja, das, das, das wird's sein. Ne, das ist nicht einfach mal ne lang Leitung. Haha. 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 Du Wichser. Ah! Shit. Shit on it. Ich glaub, wenn alle Grashalme gelutscht sind, dann... Weißt du eigentlich, wie du wechseln kannst? Ne. Wechseln. Diese Items da. Äh, Items ist einfach nur ne zweite Bombe. Oder, äh, du haust dir... Äh, vorher macht den Strahl länger. Ach so. Nein, ich häng fest! Ich häng fest! Ah! Fuck! Ah! Ja! Hier gibt's ja ganz viele Spiele, die man zusammenspielen kann, ne? Auch wenn die kleine, äh... Ah! Tolle Worte! Oh! Wir müssen erstmal das ganze Gras weg sprengen, damit's dann in die Endrunde geht. Ah! Jetzt aber! So, jetzt! So, jetzt! Jetzt geht's los, ne? Ah! 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 Das war der! Chef! Alex, was machst du denn? Alex, was machst du? Alex, das ist aber frech hier! Das ist aber frech! Ohohohoh! Staubt, M AF! Taliban Ah! Aha! Ahah! Jetzt hab ich dich! Oh nein! Nein, 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 nein! ja welch ein Zufall aber auch sehr gefährlich oder was Alex wo steht das das war voll suizidal und spazieren es ist nicht eigentlich bei ihm wird an dieser Scheiße er wird das hinterher die er Nein, Mann. Guck mal, da renne ich irgendwas. Geschwindigkeit, freies, benutzen, auch wenn ich... AR4 drücken. AR5 drücken. Gibt's gar nicht. Ich glaube, das sind die Items da. Oh, jetzt hab ich gerade mal gedrückt. Ey! Drück mal F8. Drück mal F8. Ey, ich bin doch gerade... Nee, hab aber noch Welten-Schutz hier. Drück mal F8. Okay, jetzt bin ich gerade. Und wieder hab ich zwei, Leute. Ja, drück mal Alt und F4. Oh nein, oh nein, oh nein. Ey, kann es sein, dass die Bomben voll abgehen gerade? Ja, weil ich drei Sachen hatte. Ah! Ohne mich. Ich bin so wohl. Maeve, ey. Na! Äh? Ah! Ah! Hab's nicht mehr geschafft. Du bist so doof. Maeve, drück mal F8. Hä? Alter, ich bin gerade bist du... 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 Alter, ich bin... Was ist denn F8? Drück doch. Ja, hab ich gemacht. Erwacht bis Zeit... Aber das habe ich noch gar nicht. Oh! Frei benutzen. Ah! Ich verstehe. Hast du dann schon freigespielt? Hast du ein paar Kälte? Darf man das nicht drüberlaufen? Hahaha. Oh, nein, 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 nein! Save! Und... der dritte er will kann jetzt vor die verspätete Explosion wie krank sind wir eigentlich der dritte er versteht sich das verschiebt er musste werden Ich kann schon putzen hier! Das ist nur deine Chance, Alter! Deathmatch, Baby! Oh mein Gott! Ich kann! Das wäre doch total kack! Ne, pass auf! Rasta! Ohohohoho! Der hat's überlebt! Was soll denn der Scheiß? Aber wo kommen wir denn da hin? Oh, wie süß die gleiche Zeit weggeht, dann... Nein, ich muss... Juhu! So! Die meisten Frags! Yeah, Baby! Am gefährlichsten Sniper! Potenzial gefährlich! Ihren Titel! Der Alex hat Bombe mit drauf, wa? Ja, aber ich gewinn ja trotzdem nie! Kriegt ja nichts! Ja, wie sieht's aus? Noch eine Runde hier, oder was? Ja, letzte! Und dann können wir was anderes spielen! Fick das Scheiß-Spiel! Danach Golf, bitte! Nee, bitte nicht schon wieder, ey! No, Mini-Golf, Fall in One! Ja, wir haben... Komm, Alter, es ist so'n Scheiß-Spiel, ey! Nein, Golf ist der Hammer! Wenn du Hammer-Scheiße mal hinst, dann ja! Jetzt geht's los, jetzt geht's! Ah! Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Weave, du pisse alter! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! er hat er der ist einfach die Explosion viel später gekommen das hat man sich doch krank ausgedacht hier steckt schon wieder in das ist ein Schiedmann er müsste zweimal der Seller ab er hat er hat da dieser viel mehr ausweichmöglichkeiten als beim beim haben so jetzt geht's wieder los hatten etwas kann doch nicht sein das kommt immer so wenn ich gerade wegkriegen würde wenn das letzte Scheiße wegkriegt ah ihihihi h und ich hatte so dass der Läser frei der wird Zeitbombe und unsichtbarkeit ich habe den Läser Ruhl in voll Läser bist Läser 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 er ist die Leute der tausend Punkte und wird sind dafür kranke Leute der Partie gern die Spieler den ganzen Tag und wir sind gehalten keine Ahnung irgendwann kann man das er hat Oh, nein, nein. Maeve, alter, verpist ihn. Gesagt, getan. Ja. Nie irgendwie in der Nähe von Alex stehen. Nee, 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 nee. Ich bin der kleine Böse. Die rote Gefahr droht, oh nein. Oh nein, die rote Gefahr schnickt. Seid in die Luft. Oh, das gibt eine dicke Explosion. Ah, ich stürte. Okay, es hat ein Däff. Waaaaaaaaaahhhhhhhh Mave Alter hau ab Alter! Wotchen!? Mach die unsichtbar sein Oh ne zu langsam Mach dich unsichtbar sagte Ich wollte noch gucken wie unsichtbar aussieht Ob das unsichtbar aussieht So jetzt aber Oh Mave Alter mach keine... das heißt er hat nicht mehr Bomben zwei Jahre in der Nähe nicht erledigt von gestorben erledigt und jetzt stirbt er auch Prozent so ein Drecksgescheid doch auch Unsinnbarkeit und Fettigsten die Schwarzschweig andere spielen ja unbedingt was